Dies ist ein weiteres Video zum Thema ganz rationale Funktionen und hier geht es nochmal um die Produktregel. Anhand eines Beispiels hier, aber ein wenig komplexer. Ich setze voraus, dass Sie auch die Kettenregel kennen, denn hier müssen jetzt beide Regeln angewendet werden. Von außen gesehen habe ich hier ein Produkt, allerdings mit drei Faktoren. Die Produktregel kann ich aber nur anwenden auf ein Produkt mit zwei Faktoren. Das heißt, ich muss mich hier entscheiden, welche zwei Faktoren ich als einen Faktor zusammennehmen möchte. Das mache ich mal hier vorne und sage, das hier zusammen ist mein u und hier hinten, das sei mein v. So, jetzt kann ich erstmal ganz normal die Produktregel anwenden, indem ich u' und v' bilde. Ich fange mal an hier mit v', das ist einfacher. Diesen Faktor hier hinten leite ich ab, indem ich die Kettenregel anwende, also die zwei nach vorne. Die hoch 1 hier oben lasse ich weg, mal die innere Ableitung nach der Kettenregel wäre hier 1, also mal 1. Das lasse ich ebenfalls weg. So, jetzt kommt u'. Da u selber aus einem Produkt besteht, muss auch u' nach der Produktregel gebildet werden. Das heißt, ich finde auch hier meine beiden Faktoren. Den hier nenne ich mal w und den hier z. Ich wähle jetzt w' und z'. w' ist in diesem Fall einfach 1 und z'. Nach der Kettenregel die zwei nach vorne. Hoch 1 lasse ich weg und das mal 1 hinten auch. So, jetzt kann ich u' bilden, ist dann w' mal z', also einmal dieses hier. Die 1 lasse ich auch weg. Ich schreibe es mal einmal hin, damit man es erkennen kann. Das hier wäre w' mal z', plus w mal z'. Also w wäre hier x-3, das wäre mein w. Und jetzt mal z', das lese ich hier unten ab. So, das Ganze kann ich jetzt noch zusammenfassen. Achso, hier durch z' natürlich. Kann ich jetzt noch zusammenfassen, denn ich habe hier einen Teilterm und hier hinten einen Teilterm. Und bei beiden kann ich hier x-1 rausziehen. Also aus Klammern einmal rückwärts gerechnet. Jetzt ziehe ich aus beiden Teiltermen x-1 raus. Dann bleibt hier in diesem Teilterm, bleibt überall x-1. Und hier hinten in diesem Teilterm bleibt überall 2 mal x-3. Ihr könnt gerne das x-1 einmal hier wieder rein multiplizieren, dann muss ja wieder das hier oben rauskommen. Wenn euch das sonst so schnell ging, Video kurz anhalten und versuchen nachzuvollziehen. Ich fasse jetzt die hintere Klammer hier noch ein wenig zusammen, denn das kann man noch schöner kürzer schreiben. Die vordere Klammer kann ich hier einfach weglassen. Ich habe einfach nur ein Plus davor. Hier muss ich den Faktor einmal reinziehen. 2x-2 mal 3 macht 6. So, und jetzt kann ich hier zusammenfassen in der hinteren Klammer. x plus 2x macht 3x. Minus 1 minus 6 macht minus 7. Fertig. So, jetzt habe ich erstmal für meine äußere Produktregel hier die beiden Faktoren V' und U' gebildet. Und jetzt kann ich für meine Funktion f die Ableitung bilden. So, indem ich rechne U', das wäre hier unten dieser Ausdruck. Das Ganze hier wäre U' mal V'. V lese ich hier oben ab. Plus. Das habe ich jetzt hier hin, weil ich hier hinten keinen Platz mehr habe. Jetzt kommt U mal V', U lese ich hier oben ab. Mal V' und V' kann ich hier oben ablesen. So, fertig. Jetzt versuche ich natürlich, ich habe ja hier zwei Teilterme. Einmal diesen hier und einmal diesen hier, die noch ein bisschen zusammenzufassen. Jetzt sehe ich, dass ich in beiden Teiltermen dieses x plus 2 habe. und auch das x minus 1. Das x minus 3 leider nicht, deswegen kann ich es nicht rausziehen. Aber die beiden tauchen bei beiden auf. Deswegen kann ich die rausziehen, also ausklammern. Einmal x minus 1 und einmal x plus 2. Mal. So, große Klammer auf. Jetzt bleibt hier bei den ersten Teiltermen über 3x minus 7. und hier unten, achso, 3x minus 7 mal x plus 2, weil das ja im Quadrat vorkommt. Plus. Jetzt kommt dieses Plus hier. Und hier unten bei den Teiltermen bleibt über x minus 3. Und x minus 1 bleibt auch mal über, weil das ja auch im Quadrat vorkommt. Und jetzt noch die mal 2. So, ihr könnt das gerne wieder rein multiplizieren. Da muss wieder hier oben dieser große Ausdruck rauskommen. Kurz anhalten das Video, wenn euch das nun klar ist. Ich könnte jetzt noch hier unten diesen Ausdruck natürlich zusammenfassen, indem ich hier ausklammere und dann gucke, was ich zusammenfassen kann. Das mache ich nochmal eben. Ausklammere, indem ich hier jetzt in den Klammern auch hier wieder jeden Teilterm mit jedem multipliziere. Also, 3x mal x macht 3x Quadrat. 3x mal 2 macht 6x. 7 mal x. Minus 7 mal x macht minus 7x. Minus 7 mal plus 2 macht minus 14. Plus. x mal x macht x Quadrat. Mal 2 macht 2x Quadrat. x mal minus 1 macht minus x. Mal 2 macht minus 2x. 3 mal x. Minus 3 mal x macht minus 3x. Mal 2 macht minus 6x. Minus 3 mal minus 1 macht 3. Mal 2 macht 6. So, und hier kann ich das natürlich auch noch zusammenfassen. 3x Quadrat und 2x Quadrat macht 5x Quadrat. 16x minus 7x macht minus 23x. Minus 25x minus 31x. Minus 14 plus 6 macht minus 8. Fertig. Das wäre die erste Ableitung. Jetzt kann ich natürlich nach dem gleichen Prinzip auch wieder die zweite Ableitung bilden. Wird aber noch komplizierter, weil hier mein dritter Faktor natürlich jetzt komplizierter ist. Könnt ihr zu Übungszwecken gerne machen. Gut, ich hoffe, es ist klar geworden, wie man grundlegend die Produktregel auf ein Produkt mit mehr als zwei Faktoren anwendet. Und damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen in diesem Beispiel auch verstanden habt, zum Schluss noch ein paar Fragen. Gut, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Gut, ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.